Mein Name ist Johnny Knoxville und das ist der High Five. Ach, du meine Fresse. Guten Morgen. Hey, dann, was geht ab? Alles klar, Idiot? Wie geht's, Mann? Was ist los, Japan? Das kam total echt drüber. Er sucht, was geht ab? Los, nochmal, nochmal. Aaron kann gleich reinschneiden und man hat ihm gesagt, er soll ein volles Tablett mit Suppe reintragen. Wartet. Alles in die Küche. Na, was geht, Aaron? Was geht, Alter? Ach, da, leider. Ja, nichts verschütten. Diese Welt läuft ja nicht aus. Schönes Brett, Leute. Ich war erwischt. Oh, meine Güte. Das Tablett hat's zerrissen, Mann. Er ist voll darauf reingefallen. Bringst du die Suppe rein? Du musst das Tablett mit Suppe in die Küche tragen. Diese Säcke sind gefüllt mit Mehl für unseren Freund Bam. Wir werden ihn gleich schön einnebeln. Okay. Beeil dich, Mann. Achtung, er kommt. Echt, er kommt? Okay. Was geht ab? Was geht ab? Nicht viel und wie geht's dir? High five! So hält der Beste von einem, Mann. Ich bin voll eingemailt. Ich bin überhaupt nicht gerechnet. Die beste Nummer bis jetzt. Was ist denn abgehört? Guten Morgen, Mann. Morgen, Bam. Ja, ja, genau. Alles voller Mehl.